Sag mal, ich habe den AM-Führerschein gemacht und würde mir nun gerne einen Moped oder einen Roller zulegen. Kann allerdings nur 1500 Euro ausgeben. Welches Gefährt kannst du mir empfehlen? Da finden wir auf jeden Fall was Passendes für dich. Man darf für 1500 Euro aber auch nicht ganz so wählerisch sein. Okay, dann hau mal raus. Man kann für das Geld natürlich einen Baumarktroller kaufen oder man kauft sich einen gut gebrauchten Peugeot Speedfight. Den gibt es mittlerweile in der vierten Generation und gehört für mich schon eher zu den Premium-Modellen. Der ist echt nicht schlecht und der sieht auch schon ziemlich sportlich aus. Ja, finde ich auch. Und ebenfalls sehr sportlich ist der Aprilia SR50. Genau wie der Peugeot, bei guter Pflege, sehr, sehr langlebig und unproblematisch. Beide Modelle bekommst du auch für unter 1500 Euro. Danke für die ganzen Infos. Dafür folge ich dir auch gleich mal. Danke, hast du jetzt noch eine Frage?